Deine Liebe ist ein Schiff, deine Saison, es schießt die Ferne, und ihr bleibt sie treu, eure Liebe lang. Immer wieder gern sind die Küstenstädte ein bevorzugtes Ziel. Das Käpt'n Rommels nur für seine Darbietungen, weil hier wissen die Leute wenigstens wie man einen Schuchkirft. Auf einmal wurde man als Kunstfigur bezeichnet. Vorsichtig, aber Rommelsnuff, Kunstfigur, ist doch da, sitzt hier und redet. Kann doch nicht günstlich sein. Es geht um Schichtungsschöne, es geht um Kraftgebung. Wir sind Wunder in der Hölle, am Rande von Berlin. Auf der Bühne sind wir mindestens zu zweit, manchmal zu dritt oder viert. Also der Käpt'n natürlich nimmt immer seinen ersten Mat mit. Es reicht, mein Sohn, denn an Bord bist du seit langem schon. Der Käpt'n nimmt dich mit, er teilt die Welt mit dir. Bis kann Schatka folgst du ihn, wir werden mit den Fischen ziehen. Es gibt keine Kategorie, deswegen war immer die Frage, wie nennt man das, wo kann man das jetzt einordnen? Was machst du da so, ob es auf derbe Strommusik geht? Wir brauchen da wieder ein bisschen Strom. Jeder darf bei der Hunde sein. Keiner ahnt, dass zur Stunde wird ein wackerer Mann zum Hunde der Leid. Das ist einfach Musik aus Spaß, mit Spaß. Das ist erstmal auf eine Ecke, Richtung Meinung, Neigung, erstmal egal. Daraufhin wird jetzt auch nicht geschrieben. Sonst geht es schon so ans Menschliche und nicht ans Politische. Wer bei den Konzerten war, der weiß auch, es gibt keine Auseinandersetzungen. Wo durch jede Schattierung der Gesellschaft vorhanden ist. Von ganz jung bis ziemlich gereiften Alters und jeglichen Klassen und Schichten. Und auch Kulturrichtungen. Deswegen kommt alle zum Konzert und habt euch lieb. Ach du, ey, das'mohler-auf-Teil stimmt, dann rügt ihr zu dich, denn was findet sich? Auf der Wege war'n Tollein. Vielen Dank.